In diesem Video zeige ich dir, wie du eine solche Arbeitszeiterfassung in Excel selbst erstellen kannst. Hierbei ist es so, dass Arbeitgeber bereits jetzt verpflichtet sind, die gesamte Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzuzeichnen. Das ergibt sich aus dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 13. September 2022. Zudem soll das Arbeitszeitgesetz geändert werden und hierfür liegt bereits ein Entwurf vor. Je nach muss insbesondere der Beginn, das Ende und die Dauer der täglichen Arbeitszeit aufgezeichnet werden und das jeweils am Tag der Arbeitsleistung und zwar elektronisch. Die Erfassung der Arbeitszeit soll hier bei dem Arbeitgeber die Kontrolle der gesetzlichen Höchstarbeitszeiten und der Mindestruhezeiten erleichtern. Die gute Nachricht ist, dass die elektronische Erfassung hier auf unterschiedliche Weise erfolgen darf, zum Beispiel auch durch ein Tabellenkalkulationsprogramm wie Excel. Das heißt, es ist hier zulässig, die Arbeitszeit im Rahmen einer solchen Excel-Tabelle zu erfassen. Das Besondere an dieser Tabelle ist, dass hier viele Angaben automatisch berechnet werden, zum Beispiel hier das Datum und hier werden sogar die Feiertage automatisch berechnet. Möchten wir hier einen anderen Monat eintragen, dann können wir den Monat hier oben ganz einfach ändern und die Werte aktualisieren sich hier automatisch inklusive der Feiertage, die hier farblich hervorgehoben werden. Möchten wir das Jahr ändern, dann müssen wir einfach nur in die Stammdaten und hier tragen wir zum Beispiel 2024 ein und schon aktualisieren sich hier sämtliche Datumsangaben automatisch für dieses Jahr. Um nun meine Arbeitszeit zu erfassen, müssen wir bestimmte Angaben machen, hier insbesondere die Startzeit und die Endzeit. Und das Besondere hierbei ist, dass wir die Uhrzeiten hier als Industriezeit erfassen. Das bedeutet, dass wir nicht 15.30 Uhr eingeben zum Beispiel, sondern 15,5. Das hat den Vorteil, dass man dann einfacher in Excel damit rechnen kann und sofern man diese Daten hier exportieren möchte, ist es auch wiederum ein Vorteil, wenn man hier mit solchen Zahlen rechnet und nicht mit Uhrzeiten, da eventuell andere Programme ebenfalls nicht mit Uhrzeiten rechnen können. Die Ruhepause wird hier automatisch berechnet und zwar nach den Vorgaben von Paragraph 4 des Arbeitszeitgesetzes, denn da ist es vorgeschrieben, dass eine bestimmte Ruhepause eingehalten werden muss, je nachdem wie lange man an diesem Tag gearbeitet hat. Und hier erfolgt die Berechnung automatisch, das soll halt auch die Mitarbeiter dann dazu anhalten, sich an diese Ruhepause nachzuhalten. Haben wir darüber hinausgehende Unterbrechungen, weil wir zum Beispiel die Ruhepause noch verlängert haben, dann können wir diese hier erfassen. Hier hat der Mitarbeiter in Summe 45 Minuten Pause gemacht und daher trage ich hier nochmal bei Unterbrechungen 0,25 ein, das steht für 15 Minuten und damit hat er seine Ruhepause hier korrekt erfasst. Dann können wir hier den Einsatzort erfassen, zum Beispiel mobile Arbeit, wenn er von zu Hause ausgearbeitet hat. Hier haben wir noch Abwesenheitstage, zum Beispiel Urlaub, arbeitsunfähig mit Bescheinigung und weiteres. Das sind also alles Tage, die nicht auf das Arbeitszeitkonto angerechnet werden. Optional kann man hier noch eine Bemerkung hinzufügen, falls nötig ist. Dann wird mir hier die Sollzeit vorgegeben und bei diesem Mitarbeiter ist es so, dass er freitags nur 6,5 Stunden regulär arbeitet und Montag bis Donnerstag arbeitet er regulär 8 Stunden. Dann wird hier die Istzeit errechnet und zwar basierend auf den Angaben hier vorne, also Endzeit minus Startzeit minus die Ruhepause ergibt dann die tatsächlich geleistete Arbeitszeit und dann haben wir hier das Arbeitszeitkonto, das heißt hier werden Überstunden bzw. Minusstunden berechnet und wir sehen, dass der Mitarbeiter hier an diesem Tag 15 Minuten Überstunden aufgebaut hat. Diese Tabelle eignet sich somit zugleich auch, um Überstunden und Minusstunden aufzuzeichnen. Hier wird das Ganze nochmal aufsummiert und dann, wenn wir alle Tabellen ausgefüllt haben, haben wir hier noch das Arbeitsblatt Arbeitszeitkonto und hier geht es nochmal um die Zusammenfassung der Überstunden und Minusstunden und da können wir zum Beispiel für Januar sehen, dass dieser Mitarbeiter hätte 82,5 Stunden arbeiten müssen, hat aber tatsächlich nur 80,75 Stunden geleistet und hat somit 1,75 Minusstunden. Hier habe ich noch keine Daten eingetragen, deswegen kommen hier so hohe Minusbeträge raus. Dann erfolgt hier nochmal eine Zusammenfassung. Das sind sämtliche Überstunden bzw. Minusstunden des laufenden Jahres. Dann haben wir hier noch die aus dem Vorjahr. Die muss man in den Stammdaten einmal händisch vorgeben. Das ist hier. Und dann haben wir den Vortrag, das heißt, das sind wiederum die Überstunden bzw. Minusstunden, die dann für das Jahr 2024 in dem Beispiel vorgetragen werden und die trägt man dann wiederum hier ein, wenn man die Tabelle für 2024 ausfüllt. Zudem habe ich noch ein weiteres cooles Feature und zwar können wir diese Excel-Datei mit der Arbeitszeiterfassung in einer zentralen Datei per Knopfdruck auswerten. Das heißt, hier werden wir von allen Mitarbeitern die Überstunden bzw. Minusstunden zusammengefasst. Das funktioniert so, wir haben hier einen Ordner. Das ist hier meine Auswertungsdatei, die wir hier sehen. Und dann haben wir einen Unterordner für die Mitarbeiter. Und dort kopieren wir einfach die Excel-Dateien mit der Arbeitszeiterfassung unserer Mitarbeiter hinein. Ich füge jetzt mal eine neue Mitarbeiterin hinzu. Der Dateiname spielt hier keine Rolle. Nun gehen wir in unsere Auswertungsdatei und aktualisieren die Tabelle über Daten, alle aktualisieren und schon sehen wir, dass die Mitarbeiterin hier automatisch hinzugefügt wurde. Wir sehen, dass sie im Sekretariat arbeitet. Das ist der Name, das ist die Personalnummer. Und dann können wir für jeden Monat erkennen, wie viele Überstunden bzw. Minusstunden diese Mitarbeiterin hat. Und das alles quasi mit nur einem Knopfdruck. Wenn dir diese Vorlage gefällt, dann bleib dran und abonniere den Kanal. Diese Vorlage kannst du auch erwerben. Einen Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Sofern du diese Datei selber nachbauen möchtest, dann solltest du ein gutes Basiswissen von Excel verfügen, da ich kleinere Schritte, wie zum Beispiel Formatierungen, nicht erklären werde, damit das Video nicht noch länger wird, als es schon ist. Selbstverständlich werde ich dir aber sämtliche Formeln und Funktionen zeigen, die erforderlich sind, um sämtliche Berechnungen hier durchzuführen. Beginnen wir nun mit der Erstellung unserer Arbeitszeiterfassung. Zunächst einmal benötigen wir drei Arbeitsblätter. Hier einmal die Stammdaten mit folgenden Angaben. Diese Angaben werden wir gleich auch noch ausfüllen. Und diese Angaben dienen zum Teil dazu, dass wir sie in unsere monatliche Arbeitszeiterfassung übernehmen können. Das zweite Arbeitsblatt ist dann hier die monatliche Arbeitszeiterfassung. Hier beginnen wir mit dem Januar. Und wenn wir alles hier erstellt haben, werden wir das später kopieren für die anderen Monate. Und dann benötigen wir noch eine Hilfstabelle. Und hier erstellen wir Einträge für Dropdown-Listen. Beginnen wir zunächst einmal mit den Stammdaten. Die ersten Angaben können wir hier einfach ausfüllen. Im nächsten Schritt tragen wir hier das Jahr der Arbeitszeiterfassung ein. Diese Angabe dient dazu, um die Datumsangaben in unseren Monatstabellen später richtig zu berechnen. Dann machen wir noch Angaben dazu, wer die Arbeitszeit dokumentiert. Und hier möchte ich eine Dropdown-Liste einfügen. Und dafür markieren wir einmal die entsprechenden Felder. Dann gehen wir auf Daten, Datentools, Datenüberprüfung. Wir wählen dann bei Zulassen die Liste aus. Und bei Quelle verweisen wir auf unsere Hilfstabelle. Und hier auf diese kleine Tabelle. Wir bestätigen mit Enter. Und schon haben wir hier eine Dropdown-Liste erstellt. Und können hier aus vorgefertigten Angaben wählen. Das Feld Bemerkung ist optional. Das kann beispielsweise dazu genutzt werden, wenn die Arbeitszeiterfassung zeitweise vom Arbeitgeber durchgeführt wurde. Und zeitweise vom Arbeitnehmer. Dann tragen wir hier unsere Überstunden bzw. Minusstunden aus dem Vorjahr ein. Denn der Vorteil dieser Arbeitszeiterfassung hier ist, dass wir auch zugleich unser Arbeitszeitkonto damit führen können. In meiner Tabelle werden sämtliche Zeiten im Industriezeitformat erfasst. Industriezeit wird wie folgt dargestellt. Die Stunden bleiben so wie sie sind. Und die Minuten werden hier entsprechend so dargestellt, dass beispielsweise 15 Minuten 0,25 sind. Eine halbe Stunde ist 0,5. Und 60 Minuten sind 1,0. Das hat also den Vorteil, dass wir hier in Excel damit viel besser arbeiten können, wenn wir normale Zahlen eingeben, als wenn wir eine Uhrzeit eingeben. Zudem kann es ja auch sein, dass man eventuell diese Daten vielleicht in eine andere Software einfügen will. Und auch da ist es besser, mit Industrieminuten zu arbeiten, anstelle von Uhrzeiten. Dann kommen wir noch zur regulären Arbeitszeitverteilung. Und zwar tragen wir hier die Arbeitszeit ein, die wir an bestimmten Tagen in der Woche leisten müssen. Und zunächst einmal trage ich hier den Wochentag ein. Wir erfassen hier aber einfach nicht Montag, Dienstag und so weiter, sondern wir geben das Ganze hier als Datum ein, da wir das später nutzen werden, um uns diese Information hier herauszuziehen. Ich gebe also hier nun ein Datum ein, und zwar den 3.01.2000. Man kann hier im Grunde ein beliebiges Datum nehmen, Hauptsache es kommt hier ein Montag heraus. Dann gehen wir mit Rechtsklick auf Zelle formatieren und dann auf Benutzer definiert. Und hier geben wir 4 mal das T ein. Wir sehen, da kommt der Montag als Ergebnis heraus. Und dann ziehen wir das Ganze nach unten und haben damit eine Woche dargestellt. Aber wenn wir in das Feld hinein klicken, sehen wir, dass sich dahinter ein Datum verbirgt. Denn das hat den Vorteil, dass wir diese Information später für unsere Arbeitszeiterfassung nutzen können. Hier tragen wir nun unsere tägliche Arbeitszeit ein, auch wieder in Industriezeit. Und Freitag arbeitet hier dieser Arbeitnehmer nur 6,5 Stunden. Samstag und Sonntag arbeitet er nicht und hat damit Wochenstunden von 38,5. Hier ist einfach eine Summe gezogen worden, ist nichts Besonderes. So sieht das Ganze nun aus. Damit sind wir mit unseren Stammdaten bereits fertig und können nun mit der Tabelle für die Arbeitszeiterfassung beginnen. Hier füllen wir zunächst einmal den Formularkopf aus und ich möchte, dass dieser immer automatisch ausgefüllt wird. Zunächst einmal verweisen wir hier oben auf den Firmennamen in unseren Stammdaten. Ich fixiere das Ganze hier optional noch mit der Taste F4. Dann möchte ich hier einmal Name und Vorname einfügen. Und hier ist es so, dass ich Name und Vorname auf zwei Zellen aufgeteilt habe. Und das lösen wir so, indem wir hier auf den Nachnamen verweisen. Dann geben wir ein Unzeichen ein. Verweisen dann auf den Vornamen. Und dann geben wir hier noch was ein. Und zwar hinter das Unzeichen, Anführungszeichen, Komma, Leerzeichen, Anführungszeichen und dann nochmal ein Unzeichen. So fügen wir also ein Komma zwischen Vor- und Nachname ein. So sollte das Ganze aussehen. Optional kann man das Ganze noch mit der Taste F4 fixieren. Und schon wird mir hier Name und Vorname in eine Zelle zusammengefügt. Dann verweisen wir hier auf die Abteilung. Und auf die Personalnummer. Damit haben wir den Kopf fertiggestellt. Und müssen noch hier die Angaben zum Monat und Jahr machen. Diese Angaben werden wir auch gleich nutzen, um das Datum hier automatisch zu berechnen. Zunächst einmal verweisen wir auf das Jahr. Und das haben wir bereits in den Stammdaten erfasst. Und zwar in diesem Feld. Schon wird das Jahr hier automatisch eingefügt. Und beim Monat möchte ich eine Dropdown-Liste einfügen. Und da gehen wir auf Daten, Datenüberprüfung, Liste. Und bei Quelle gehen wir nochmal in unsere Hilfstabelle. Und da habe ich diese Hilfstabelle gemacht. 1 bis 12. 1 steht für den Januar, 12 für den Dezember. Und schon können wir per Dropdown-Liste hier einen Monat ganz einfach auswählen. Der Tabellenkopf ist nun fertig. Und wir können damit beginnen, das Datum hier automatisch zu berechnen. Und hier werde ich mal die Formel langsam aufbauen. Um das Datum hier zu berechnen, nutze ich die Sequenzfunktion. Diese ist ab Excel 2021 verfügbar. Wir brauchen hier zunächst einmal 31 Tage, da der Monat maximal 31 Tage hat. Wir sehen, dadurch wird eine Zahlenfolge von 1 bis 31 generiert. Da ich nur eine Spalte brauche, kann ich das Feld hier freilassen. Nun müssen wir sagen, wo möchten wir beginnen. Und ich möchte hier am 01.01.2023 beginnen. Und schon haben wir eine Datumsfolge generiert. Ich markiere einmal die Spalte. Und dann formatieren wir das Ganze. Und zwar bei Benutzer definiert. Hier wählen wir diese Option aus. Und dann verkürzen wir das Ganze ein bisschen. Wir entfernen hier ein T. Da fügen wir ein T hinzu. Dann entfernen wir ein M. Und das Ja können wir hier komplett entfernen, sodass das Ganze so aussieht. Schon habe ich hier eine Datumsfolge generiert. Diese ist allerdings nicht dynamisch, da ich die Werte hier fest eingegeben habe. Wir müssen also diese Werte so ersetzen, dass diese sich automatisch ändern, basierend auf den Eingaben hier oben. Beginnen wir mal mit dem Startdatum. Und da müssen wir ein Datum formen. Und das können wir tun mit der Datumsfunktion. Ich gebe ein Datum, Klammer auf. Hier verweise ich auf das Ja. Und das ist ja. Beim Monat verweise ich hier auf den Monat. Und beim Starttag gebe ich immer die 1 ein, da wir immer am 1. des Monats starten wollen. Damit habe ich bereits den Anfang hier dynamisiert. Wenn ich also hier den Monat ändere, dann sehen wir, dass sich die Datumsfolge hier automatisch ändert. Wir haben allerdings noch den Nachteil, dass mir hier überflüssige Tage ebenfalls mit ausgegeben werden. Und das möchte ich ändern. Und zwar müssen wir nun diese Differenz errechnen, und zwar die Anzahl der Tage innerhalb eines Monats. Das können wir tun, indem wir in diesem Beispiel den 31.1. nehmen und den 1.1. davon abziehen. Und das können wir auch berechnen. Ich kopiere mir einmal diese Formel hier. Und jetzt benötige ich einmal das Monatsende. Und dafür gibt es eine Funktion, die heißt auch so Monatsende. Und da füge ich dieses Datum ein, also der 1.1.2023. Davon soll das Monatsende ermittelt werden. Dann müssen wir noch sagen, wie viele Monate wir aufaddieren wollen. Da ich im Januar bleiben möchte, trage ich hier die 0 ein. So, das heißt mit dieser Formel komme ich dann automatisch auf den 31.1.2023 in diesem Beispiel. Und jetzt muss ich davon den 1.1.2023 abziehen. Das heißt, ich gebe hier ein Minus ein und füge nochmal diese Formel hier ein. Wir aktualisieren das Ganze. Wir sehen, wir sind schon fast am Ziel. Wir haben jetzt 30 Tage, das heißt uns fehlt hier immer genau ein Tag. Und daher fügen wir am Ende nochmal plus 1 ein. Und damit kommen wir immer auf die korrekte Anzahl der Tage im Monat. Wenn ich jetzt mal den Februar nehme, dann sehen wir, das aktualisiert sich hier alles. Und dann hört er hier am 28. auf. Wir machen weiter mit den nächsten Spalten. Einmal tragen wir hier den Arbeitszeitbeginn ein und dann hier das Ende. Und auch hier tragen wir wieder Industriezeit ein. Also 8,0 für 8 Uhr. Und 16,5 beispielsweise für 16.30 Uhr. In der Spalte Pause soll die gesetzlich vorgeschriebene Ruhepause automatisch ausgegeben werden. Das soll auch den Mitarbeiter dazu anhalten, sich an diese Mindestvorgaben auch zu halten. Und die Ruhepause muss bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden und maximal 9 Stunden 30 Minuten betragen. Und bei einer Arbeitszeit von mehr als 9 Stunden muss sie sogar 45 Minuten betragen. Und ich habe hier folgende Formel genutzt. Wir nutzen hier die Events-Funktion. Bei der ersten Prüfung schauen wir, ob diese Zelle hier leer ist, die Zelle C8. Wenn die Zelle leer ist, dann soll mehr als Ergebnis 0 ausgegeben werden. Wenn sie nicht leer ist, dann machen wir weiter mit der nächsten Prüfung. Und hier errechnen wir zunächst einmal die Differenz zwischen Endzeit und Startzeit. Das ist also im Grunde die Anwesenheitszeit. Und wenn diese reine Anwesenheitszeit größer als 9,5 ist. Warum 9,5? 9 Stunden Arbeitszeit plus Zwangspause von einer halben Stunde. Und dann plus nochmal etwaige Unterbrechungen. Das ist hier die daneben liegende Spalte. Denn hier können wir über die Ruhepause hinausgehende Ruhezeiten erfassen. Wenn wir zum Beispiel noch einen privaten Termin wahrgenommen haben oder wenn wir die Ruhepause länger gehalten haben als die gesetzliche Mindestzeit, dann können wir diese zusätzlichen Zeiten hier erfassen. Wenn also dieser Wert hier überschritten wird, dann müssen wir 45 Minuten Pause machen nach Gesetz. Wenn das nicht der Fall ist, dann errechnen wir hier nochmal die Differenz zwischen Enddatum und Startdatum. Und wenn diese Zeit mehr als 6 Stunden beträgt, plus etwaige freiwillige Unterbrechungen, dann erhalten wir hier eine Ruhepause von 30 Minuten. Und die letzte Wahrheitsprüfung ist, wenn also das auch nicht zutrifft, dann errechnen wir hier wieder die Differenz, also die tatsächliche Anwesenheitszeit. Und wenn diese kleiner gleich 6 Stunden ist, plus etwaige Unterbrechungen, dann soll die Ruhepause 0 betragen. Wir tragen das Ganze hier so ein und sehen, wir erhalten hier 0,5. Wenn ich die Zeiten hier erhöhe, dann sehen wir, dass hier auf einmal 45 Minuten herauskommen. Wenn ich aber noch zusätzlich Pause gemacht habe über die normale Zeit hinaus, dann reicht das und dann reduziert sich hier die Ruhepause auf 0,5, denn wir haben damit in Summe die 9 Stunden nicht überschritten. In der Spalte Unterbrechungen tragen wir also nur Zeiten ein, die über die errechnete Zwangsruhepause hinausgehen. Wenn wir also beispielsweise länger Pause gemacht haben oder wenn wir auch einen privaten Termin wahrgenommen haben innerhalb dieser Zeitspanne, dann können wir hier diese Korrektur vornehmen. Ich habe eben nochmal die Spaltenbreiten etwas angepasst und wir machen weiter mit dem Einsatzort und da tragen wir einfach händisch ein. Wo die Arbeit geleistet wurde, zum Beispiel Geschäftsstelle oder auch mobile Arbeit oder eine Kombination aus beidem. Insofern man auswärts tätig war, kann man natürlich auch hier Kunde schreiben und dann den Ort. Also da ist man relativ frei. Wir machen weiter mit der Abwesenheit und hier sollen Abwesenheitstage eingefügt werden, die das Arbeitszeitkonto nicht mindern, also insbesondere Urlaubstage, Fehltage mit Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und so weiter. Und da nutze ich auch meine Hilfstabelle. Und zwar habe ich hier die Abwesenheitstage eingefügt. Und diese Tabelle möchte ich aber so haben, dass ich hier noch weitere Einträge manuell hinzufügen kann und die Dropdown-Liste soll sich dann automatisch aktualisieren. Und um das zu erreichen, müssen wir wie folgt vorgehen. Zunächst einmal erstellen wir hieraus eine intelligente Tabelle mit STRG-T. Das hat nun den Vorteil, dass wir hier was eintragen können und die Tabelle erweitert sich dann automatisch. Wir müssen dieser Tabelle nun über den Namensmanager einen Namen zuweisen. Wir können sie beispielsweise Abwesenheitstage nennen. Ich markiere einmal die komplette Tabelle. Dann gehen wir auf Formeln. Und hier bei den definierten Namen klicken wir auf Aus Auswahl erstellen. Wir möchten einen Namen definieren für diese Tabelle und zwar basierend auf der obersten Zeile. Okay. Wenn wir nun nochmal auf Formeln gehen und hier auf den Namensmanager, dann sehen wir, dass wir dieser Tabelle hier einen Namen zugewiesen haben, und zwar Abwesenheitstage. und mit diesem Namen können wir diese Tabelle ansprechen. Und das werden wir nun nutzen, um unsere Dropdown-Liste zu erstellen. Wir gehen nochmal in unsere Arbeitszeiterfassung und hier gehe ich dann auf Daten, Datentools, Datenüberprüfung. Bei Zulassen wählen wir die Liste aus und bei Quelle geben wir einen gleich Abwesenheitstage. Das ist also der Name, den wir soeben definiert haben. Wir bestätigen mit OK und schon haben wir eine Dropdown-Liste erstellt, aus der wir hier auswählen können. Und wenn wir hier was Neues hinzufügen, dann erweitert sich diese Dropdown-Liste automatisch. Das Feld Bemerkung ist wiederum optional und kann frei gefüllt werden, wenn weitere Hinweise erforderlich sind, zum Beispiel erwarteter Termin 10 bis 12 Uhr. Was ist, wenn wir jetzt hier Text eingeben, der sehr lang ist, dann gibt es auch einen Trick. Wir sehen, hier wird die Schrift dann automatisch kleiner. Und das können wir erreichen, indem wir die entsprechenden Felder markieren. Das kann man im Grunde auf die ganze Tabelle anwenden. Und dann gehen wir auf Zelle formatieren. Und bei Ausrichtung aktivieren wir das Feld an Zellgröße anpassen. Und das hat also den Vorteil, dass wenn ein Text für eine Zelle zu lang ist, dann wird er kleiner gemacht. Und wir können immer noch dann alles lesen. Dann machen wir weiter mit der Berechnung der Zeiten. Ich möchte diese drei Felder hier automatisch berechnen, und zwar die tägliche Soll-Arbeitszeit, dann die tatsächlich geleistete Arbeitszeit und dann die Auswirkungen auf das Arbeitszeitkonto, also Überstunden und Minusstunden. Und hier habe ich noch ein zusätzliches Feld für die Sollzeit. Das heißt, wenn ich hier einen Wert manuell eingebe, dann soll er die automatisch berechnete Arbeitszeit überschreiben. Das dient für Sonderfälle, in denen die Sollzeit zum Beispiel nicht korrekt berechnet wird. Das kann unter Umständen dann der Fall sein, wenn man beispielsweise einen halben Urlaubstag nimmt. Solche Spezialfälle, die kann man dann mit diesem Feld lösen. Das heißt, man kann hier etwas eingeben, aber in der Regel wird es nicht nötig sein, da die Sollzeit in der Regel korrekt berechnet wird. Bevor ich nun die Formel für die Sollzeit vorstelle, benötigen wir noch eine weitere Hilfstabelle, wenn wir die Feiertage auch korrekt berücksichtigen wollen. Zum einen möchte ich, dass Feiertage hier farblich eingeblendet werden und zum anderen möchte ich natürlich auch, dass Feiertage bei der Sollzeit nicht als Arbeitszeit berücksichtigt werden. Und dafür habe ich hier ein neues Arbeitsblatt, das heißt Feiertage. Und hier habe ich die Feiertage einmal berechnet. Wie diese Berechnung im Detail funktioniert, habe ich mal in einem anderen Video gezeigt. Das blende ich dir hier nochmal ein. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Und wir sehen hier einmal alle deutschen Feiertage. Und diese werden in dieser Spalte hier berechnet. Man sieht, je nachdem welcher Feiertag das ist, gibt es da unterschiedliche Formeln. Und in dieser Zelle verweise ich einfach nur auf die Berechnung. Und der Vorteil hierbei ist nun, dass ich nun Feiertage, die ich nicht benötige, hier einfach herauslöschen kann. Und diese werden dann in meiner Tabelle nicht berücksichtigt. Wenn ich also beispielsweise in Baden-Württemberg lebe, dann kann ich hier die entsprechenden Feiertage, die ich nicht brauche, einfach entfernen. Und schon habe ich nur die Feiertage, die zum Beispiel für Baden-Württemberg berücksichtigt werden sollen. Hier unten finden wir nochmal weitere Hinweise. Wenn ich zum Beispiel hier Pfingenssonntag aufrufe, dann habe ich hier die 3. Und da steht, dass der zum Beispiel auch nur in Brandenburg gilt. Es gibt auch bestimmte Feiertage, die nur in bestimmten Regionen gelten, wie hier die Nummer 6, Maria Himmelfahrt. Da muss man halt im Detail gucken, welcher Feiertag bei dir dann gilt. Ich lasse aber erstmal hier alle Feiertage drin. Und nun, da wir hier diese Informationen haben zu den Feiertagen, die Feiertagsberechnung ist wiederum auch dynamisch, denn man sieht, ich habe hier einen Verweis auf meine Stammdaten, und zwar B10. Und B10 ist das Jahr. Wenn ich also hier das Jahr zum Beispiel auf 2024 ändere, dann sehen wir, dass mir die Feiertage hier ebenfalls automatisch für die entsprechenden Jahre berechnet werden. Nachdem wir also nun alle Feiertage hier korrekt ermittelt haben und auch dynamisch ermitteln, können wir nun dazu übergehen, die Soll-Arbeitszeit pro Tag korrekt zu berechnen. Für die korrekte Berechnung der Soll-Arbeitszeit kommen uns hier die Stammdaten zugute, denn hier haben wir die reguläre Arbeitszeitverteilung bereits erfasst, wie in diesem Beispiel hier. Und die Formel sieht wie folgt aus, sieht jetzt erstmal kompliziert aus, aber ist gar nicht so schlimm. Und zwar ist es hier eine Vents-Funktion wieder, wir haben hier verschiedene Wahrheitstests, und zwar in Summe 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, beginnen wir erstmal mit den Feiertagen. Ich prüfe hier, ob ein Treffer zu unserer Feiertagsliste ist. Ich prüfe also, ob dieses Datum mit einem Datum aus dieser Spalte übereinstimmt. Das können wir tun mit der Formel oder A8 gleich Feiertage D4 bis D23 in meinem Beispiel. Wenn wir also hier einen Treffer haben, wenn das Datum mit einem Datum aus der Feiertagstabelle übereinstimmt, dann soll die Arbeitszeit 0 betragen, denn dann haben wir ja in der Regel frei. Sollten wir aus welchen Gründen auch immer nicht frei haben, dann könnte man hier beispielsweise die Spalte manuell nutzen, um den Wert hier zu überschreiben. Dann der weitere Wahrheitstest ist wiederum, wenn dieses Datum nicht übereinstimmt mit einem der Feiertage. Also der einzige Unterschied ist hier, dass wir hier gleich haben und hier ungleich. Dann soll mir der X-Verweis angewandt werden, und da suchen wir nach dem Wochentag, also hier dem Montag. Also Wochentag A8, das ist hier ein Montag. Und wo suchen wir danach? Wir suchen den Wochentag in unseren Stammdaten, und zwar in diesem Bereich hier. Wenn wir also hier den Treffer haben, hier der Montag, was soll mir dann ausgegeben werden? Dann sollen mir die Angaben aus dieser Spalte hier ausgegeben werden, also die Soll-Arbeitszeit. Das ist also im Grunde hier die Basis. Also das sind hier die wichtigsten zwei Event-Prüfungen. Einmal, ob ein Treffer bei den Feiertagen vorliegt, liegt kein Treffer vor. Dann such mir den Wochentag heraus, also hier den Montag. Gleiche ihn hier mit meiner Tabelle ab. Wenn er hier den Montag findet, dann soll er mir einfach die Arbeitszeit ausgeben. Dann haben wir aber vorgelagert noch ein paar weitere Wahrheitstests. Und zwar gleicht er zunächst einmal hier ab, ob die Zelle leer ist. Wenn sich hier kein Wert befindet, dann soll die Soll-Arbeitszeit 0 betragen. Das ist beispielsweise dann wichtig, wenn wir hier weniger als 31 Tage haben. Dann soll er außerdem prüfen, ob sich in der Spalte Soll-Manuell ein Wert befindet. Wenn also diese Zelle ungleich leer ist, also gefüllt ist mit einem Wert, dann soll er mir einfach den Wert hier rausnehmen. Denn dann möchte ich ja die Soll-Zeit, die ich hier unten automatisch ermittle, überschreiben. Deswegen diese Bedingungen. Dann habe ich noch eine weitere Prüfung eingefügt. Und zwar, wenn das Datum hier in der Zukunft liegt, also größer dem heutigen Datum, dann soll ebenfalls 0 ausgegeben werden. Das hat also den Vorteil, wenn wir dann später das Arbeitszeitkonto betrachten, dass wir nicht unendlich viele Minusstunden bereits haben für zukünftige Tage. Und dann habe ich noch eine letzte Prüfung. Und zwar, wenn diese Zelle nicht leer ist, wenn wir also hier irgendeinen Abwesenheitstag eingefügt haben, beispielsweise Urlaub, krank mit AU, dann soll ebenfalls hier 0 als Soll-Zeit ausgegeben werden. Denn hier bei der Spalte Abwesenheit werden Tage erfasst, die unser Arbeitszeitkonto nicht berühren. So, und das sind alle Bedingungen, die wir hier brauchen. Ich schließe die Formel und wir sehen, mir wird automatisch hier meine Soll-Zeit ermittelt, und zwar 8 Stunden. Und das zieht er in dem Beispiel aus, dieser Zelle hier. Wenn ich aber die Soll-Zeit hier überschreiben möchte, beispielsweise, weil ich einen halben Urlaubstag genommen habe, oder weil die Berechnung aus anderen Gründen vielleicht nicht korrekt ist, dann kann ich hier einfach die Soll-Zeit händisch eintragen, und dann wird der Wert hier überschrieben. Wir machen weiter mit der Berechnung der tatsächlichen Arbeitszeit, basierend auf diesen Angaben. Und die Formel ist wiederum recht einfach. Hier nutzen wir die Event-Funktion. Zunächst einmal prüfen wir, ob diese Zelle hier leer ist. Wenn diese Zelle leer ist, dann soll mir 0 ausgegeben werden. Wenn die Zelle Beginn nicht leer ist, dann soll er rechnen, die Endzeit minus die Startzeit, minus die Ruhepause nach Gesetz, und minus sonstige Unterbrechungen, die über die Ruhepause hinausgehen. Und schon wird mir die tatsächliche Arbeitszeit ermittelt. Wir können das hier auch nochmal überprüfen. Wenn ich die Unterbrechung hier entferne, dann kommen wir genau auf 8 Stunden. In dem Fall hat der Arbeitnehmer aber über die Ruhepause hinaus 15 Minuten mehr Pause gemacht. Und daher hat er hier eine tatsächliche Arbeitszeit, die etwas von der Soll-Arbeitszeit abweicht. Wir machen weiter mit der Berechnung der Überstunden, beziehungsweise der Minusstunden für den jeweiligen Tag. Und hier rechnen wir ganz einfach Ist-Zeit minus die Soll-Zeit. Und sofern sich hieraus ein Fehler ergibt, habe ich hier noch die Wenn-Fehler-Funktion eingefügt. Und bei einem Fehler soll hier einfach nichts ausgegeben werden. Und schon sehen wir, dass dieser Mitarbeiter am Montag, den 2. Januar, Minusstunden von 15 Minuten erzeugt hat. Ich habe nun hier sämtliche Formeln eingefügt, die ich benötige, und kann diese nun auf die übrigen Zellen übertragen. Und dafür lösche ich einmal die Eingaben, die wir hier zunächst nicht benötigen. Dann markiere ich das Ganze, schiebe das einmal kurz nach oben und dann nochmal nach unten und habe das so auf die übrigen Zellen übertragen. Wenn wir nun einmal einen Monat wählen, zum Beispiel den Juli, zum Zeitpunkt der Erstellung des Videos, haben wir den 20.06. Und wir sehen, hier habe ich eine Soll-Zeit von 0. Wenn ich aber hier zum Beispiel den Juni nehme, dann sehen wir, dass wir hier automatisch die Soll-Zeit ausgegeben bekommen. Und zwar hier bis zum 20. Bis dahin habe ich jetzt Minusstunden generiert, weil ich hier noch keine Einträge habe. Aber ab hier ist es 0, da das noch Tage sind, die in der Zukunft liegen. Im nächsten Schritt möchte ich nun mit der bedingten Formatierung arbeiten. Und zwar möchte ich, dass Wochenenden grau farblich hinterlegt werden. Und dafür markieren wir zunächst einmal unsere Tabelle mit STRG-SHIFT rechts und STRG-SHIFT nach unten. Dann gehen wir auf Start, bedingte Formatierung. Hier erstellen wir eine neue Regel, und zwar per Formel. Hier geben wir nun eine Formel ein, bei der das Ergebnis wahr oder falsch herauskommt. Wenn wahr herauskommt, dann soll eine bestimmte Formatierung angewandt werden. Wenn falsch herauskommt, dann wird diese Formatierung nicht angewandt. Und hier geben wir nun folgende Formel ein. Wochentag, Dollarzeichen A7, dann Semikolon 2, und dann prüfen wir, ob ein Wert, der sich hieraus ergibt, größer 5 ist. Woran liegt das? Diese Formel Wochentag zieht sich den Wochentag aus diesem Datum und gibt ihn als Zahl wieder. In dem Fall haben wir hier 2 vorgegeben. Das bedeutet, dass der Montag die 1 ist, der Dienstag die 2 und so weiter. Das heißt, wenn wir hier beispielsweise einen Sonntag haben, dann kommt hier aus dieser Formel ein Ergebnis von 7 raus. Sonntag also gleich die Zahl 7. Und da die 7 größer ist als die Zahl 5, erhalten wir dann als Ergebnis den Wert wahr. Und wenn das also wahr ist, dann möchte ich folgende Formatierung haben. Und zwar gehen wir auf Ausfüllen und wählen hier einen der Grautöne aus. Dann bestätigen wir mit OK, OK. Und schon sehen wir, dass mir hier die Wochenenden automatisch grau hinterlegt werden. Das funktioniert auch dann, wenn wir hier den Monat entsprechend anpassen. Falls das Ganze bei dir noch nicht auf alle Zellen angewandt wird, dann schaust du nochmal in die bedingte Formatierung, Regeln verwalten. Hier wählst du dieses Arbeitsblatt aus. Dann findest du hier auf jeden Fall die Formel. Und hier gibt es den Bereich wird angewandt auf. Und hier sollte der Bereich der ganzen Tabelle entsprechend angegeben werden, damit diese bedingte Formatierung auf die komplette Tabelle angewandt wird. Nun möchte ich auch, dass Feiertage hier farblich hinterlegt werden. Und dafür markiere ich nochmal die komplette Tabelle. Dann gehen wir auf Start, bedingte Formatierung, neue Regel, Formel und geben folgende Formel ein. Gleich oder Dollarzeichen A7. Wenn also das Datum in A7 mit einem der Feiertage übereinstimmt, hier ist der Verweis auf mein Arbeitsblatt mit den errechneten Feiertagen. Wenn da also eine Übereinstimmung ist, dann wird als Ergebnis wahr ausgegeben. Und dann möchte ich die folgende bedingte Formatierung haben. Ich möchte, dass die Zellen hier mit dieser Farbe hinterlegt werden. Wir bestätigen mit OK. Und schon werden mir hier die Feiertage entsprechend angezeigt. Wir haben hier einmal den 1. Januar und den 6. Januar. Wir schauen mal. Der 1. Januar ist Neujahr. Und dann haben wir am 6. Januar noch die Heiligen Drei Könige. Das ist hier natürlich ein Feiertag, der nicht in allen Bundesländern gilt. Und natürlich funktioniert das auch, wenn ich hier den Monat ändere. Wir machen mal hier den Mai. Der hat besonders viele Feiertage. Und da sehen wir, dass die Feiertage hier auch schön eingeblendet werden. Hier sollte man auch nochmal überprüfen, ob die Reihenfolge hier stimmt. Und zwar bei Regeln verwalten. Dieses Arbeitsblatt. Denn diese Reihenfolge bestimmt hier, welche bedingte Formatierung Vorgang hat. Und wenn wir also die bedingte Formatierung für die Feiertage über der für die Wochenenden haben, dann werden Wochenenden, die zugleich Feiertage sind, hier orange dargestellt. Würden wir das Ganze hingegen von der Reihenfolge umkehren. Zum Beispiel so. Hier kann man die Reihenfolge ändern. Dann würden Feiertage, die auch zugleich am Wochenende sind, grau dargestellt werden. Das wollen wir eigentlich nicht. Ich möchte, dass die Feiertage hier vorrangig dargestellt werden. Und daher sollte man diese Reihenfolge hier behalten. Damit ist unsere Tabelle für die Arbeitszeiterfassung fertig. Hier unten habe ich nochmal Summen eingefügt. Das ist nichts Besonderes. Und dann habe ich hier noch Felder, wenn man das Ganze ausdrücken möchte, dass man ein Feld hat für die Unterschriften für den Arbeitnehmer und den Personalverantwortlichen. Damit die Mitarbeiter hier auch nicht aus Versehen das Formular zerstören, indem sie vielleicht aus Versehen eine Formel löschen oder etwas anderes, können wir nun entscheiden, welche Felder bearbeitet werden sollen durch den Mitarbeiter und welche nicht. Und zwar möchte ich zum Beispiel, dass der Monat hier weiterhin bearbeitet werden kann, auch wenn wir das Dokument sperren. Und dafür gehen wir auf Zelle formatieren und deaktivieren hier den Haken bei gesperrt. Und das wiederholen wir auch für die folgenden Spalten. Und zwar sollen diese Spalten hier ebenfalls händisch ausgefüllt werden dürfen. Alle anderen Spalten werden automatisch berechnet. Das gilt auch hier für diesen Tabellenkopf. Und auch hier sollte der Haken dann bei gesperrt deaktiviert sein. So, jetzt können wir das Dokument einmal sperren und zwar über überprüfen. Und dann aktivieren wir hier den Blattschutz. Der wirkt sich nur auf dieses eine Arbeitsblatt aus. Und hier könnten wir optional ein Passwort vergeben. Das heißt, dieses Arbeitsblatt kann nur dann wieder entsperrt werden, wenn man das Passwort hat. Ich gebe hier aber keins ein. Und dann kann man hier noch entscheiden, welche Änderungen möglich sein sollen. Ich lasse aber hier nur die Standardeinstellungen aktiviert. Wir bestätigen mit OK. Und wir können hier nun arbeiten. Wenn ich hier in die Zelle hinein klicke, dann kann ich zwar die Formel sehen, aber wenn ich da etwas ändern möchte, dann erhalte ich eine solche Meldung. Hier kann ich ganz normal meine Eingaben machen. Wenn ich jetzt hier aus Versehen die Zeit für die Pause ändern will, dann erhalte ich wieder die Fehlermeldung, da diese Zelle gesperrt ist. Wir haben also nun den Effekt, dass wir nur die Zellen ausfüllen können, die wir auch ausfüllen sollen. Und alles andere soll hier nicht möglich sein. Das heißt, vor allem hier die Sollzeit kann ich nicht ändern und auch hier die anderen Berechnungsfelder. So kann man also mit der Tabelle wunderbar arbeiten, ohne dass ein Mitarbeiter hier aus Versehen etwas zerstören kann. Das sollte man natürlich dann auch für die Stammdaten wiederholen. Hier sollten nur die Zellen bearbeitet werden, die hier mit der blauen Farbe hinterlegt sind. Alles andere sollte man hier sperren. Und das gleiche gilt auch hier für die Feiertage. Hier sollten nur diese Zellen zur Bearbeitung freigegeben werden. Alles andere sollte gesperrt sein. Wir erstellen nun Tabellen auch für die übrigen Monate und dafür halte ich einfach die STRG und die SHIFT-Taste gedrückt und ziehe dann diese Tabelle einmal nach rechts. Wir sehen, da erscheinend so ein Plus-Symbol und schon habe ich das Ganze hier kopiert. Dann nenne ich das Februar und hier oben ändere ich den Monat auf 2 und das wiederhole ich dann auch für die übrigen Monate. Nun habe ich für jeden Monat eine eigene Datei und habe den Monat hier oben immer aktualisiert. Wir sehen, das Datum hat sich natürlich automatisch angepasst. Und nun möchte ich noch eine weitere Datei, ein weiteres Arbeitsblatt hier einfügen, in dem das Arbeitszeitkonto nochmal übersichtlich zusammengefasst wird. Ich habe nur noch ein Arbeitsblatt für das Arbeitszeitkonto erstellt und da möchte ich einmal die ganzen Überstunden beziehungsweise Minusstunden einmal zusammenfassen. Hier oben haben wir wieder einen Kopf. Da ist nichts Besonderes. Da haben wir wieder die gleichen Verweise auf die Stammdaten, wie wir das auch in den anderen Tabellen gehabt haben. Genauso wie hier. Und dann habe ich hier eine Tabelle. Wir haben hier einmal den Monat. Da habe ich die Monate einmal aufgeschrieben einfach. Und wichtig ist, dass diese Bezeichnung identisch sein muss mit den Bezeichnungen hier unten. Warum das so ist, sehen wir gleich. Und dann ziehen wir uns aus diesen Tabellen hier insbesondere den Sollwert und den Istwert. Und den finden wir in unserer Tabelle einmal hier unten. Und zwar haben wir hier einmal den Sollwert, das ist hier die Summe. Und dann hier den Istwert, das ist auch die Summe. Bei mir sind noch keine Daten enthalten. Deswegen habe ich bei Ist immer 0. Wie kommen wir also nun an diese Daten? Und zwar gibt es da die Formel bzw. Funktion indirekt. Und die funktioniert so. Normalerweise, wenn wir einen direkten Verweis hätten, dann würde der so aussehen. Gleich Januar, Ausrufezeichen und dann die Zelle K38. Wie kann ich das Ganze aber dynamisch machen? Und zwar mache ich das mit der Indirekt-Funktion. Und da verweisen wir hier auf den Monat, Januar. Das ist nämlich der Name, der hier unten auch zu finden ist. Und dann sagen wir Januar und Anführungszeichen und dann die Zelle K38. Wir haben also damit einen indirekten Verweis auf das Arbeitsblatt Januar, auf die Zelle K38. Dann habe ich noch eine Wenn-Fehler-Funktion eingefügt. Wenn wir das Ganze nun schließen, können wir das Ganze einfach nach unten ziehen und haben so jeweils den Wert aus den einzelnen Arbeitsblättern ganz einfach extrahiert. Ist wie gesagt immer 0, weil ich da noch keine Daten eingefügt habe. So ähnlich funktioniert das auch bei dem Soll-Wert. Da habe ich ebenfalls die Indirekt-Funktion. Auch hier verweisen wir zum Beispiel auf den Januar. Und der einzige Unterschied ist, dass wir uns da den Wert aus der Zelle J38 ziehen anstelle der Zelle K38. Zudem habe ich hier noch eine Prüfung eingebaut, denn ich möchte auch hier den Soll manuell vorgeben. Das ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn wir unterjährig mit der Arbeitszeiterfassung beginnen. Und dann haben wir zum Beispiel den Januar gar nicht ausgefüllt. Und dann werden mir hier normalerweise Minusstunden errechnet. Das sehen wir gleich. Wenn ich also nun etwas in Soll eintrage, die Zelle also ungleich leer ist, dann soll der Wert aus der Spalte Soll manuell genommen werden. Ansonsten halt der Wert, der sich aus unserer Arbeitszeiterfassung ergibt. Auch hier habe ich wieder eine Wenn-Fehler-Funktion. Und wenn wir das Ganze nun schließen, können wir das Ganze nach unten ziehen. Und jetzt sehen wir, dass mir automatisch aus den einzelnen Tabellen der jeweilige Sollwert eingefügt wird. Und hier kommt nochmal die Spalte Soll manuell ins Spiel. Wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, wir fangen jetzt erst ab Juli mit der Arbeitszeiterfassung in dieser Tabelle an, dann können wir diese Werte hier einfach überschreiben, indem wir hier eine Null eingeben und haben dann so keine Probleme mit der Berechnung für unser Arbeitszeitkonto. Dann müssen wir in dieser Spalte noch die Überstunden bzw. Minusstunden errechnen. Und das geht ganz einfach, indem wir Ist-Soll rechnen und das Ganze ziehen wir nach unten. Und daraus ergeben sich dann unsere Überstunden bzw. Minusstunden der einzelnen Monate. Wenn ich hier das Ganze entferne, dann sehen wir zum Beispiel auch, dass hier Minusstunden herauskommt, da ich eben noch keine Ist-Zeiten erfasst habe. Damit ist diese Übersicht auch fertig. Und hier unten kommt nochmal eine Zusammenfassung. Und zwar haben wir im aktuellen Jahr Minusstunden von dem Wert und der Wert aus dem Vorjahr, das ist also der Vortrag, den haben wir ganz einfach aus den Stammdaten hergenommen. Und dann summieren wir das Ganze auf und haben dann den Vortrag der Überstunden bzw. Minusstunden für das Jahr 2024, also für das Folgejahr. Und auch hier habe ich nochmal Unterschriftenfelder eingefügt. Man kann also das Ganze hier einmal ausdrucken und dann unterschreiben und auch vom Personal verantwortlich unterschreiben lassen und hat dann so seine Überstunden bzw. Minusstunden auch nochmal fest dokumentiert. Auch bei dieser Tabelle sollten wir den Blattschutz anwenden und die einzigen Zellen, die nicht gesperrt sein sollen, sind die in der Spalte Soll manuell. Unsere Excel-Arbeitszeiterfassung ist damit an sich schon fertig, aber ich möchte noch ein anderes cooles Feature einbauen. Und zwar möchte ich, dass diese Daten hier in einer zentralen Excel-Datei ausgewertet werden können. Wenn also zum Beispiel der Personalverantwortliche von allen Mitarbeitern eine Tabelle der Arbeitszeitcon haben möchte, dann möchte ich das Ganze so haben, dass er einfach nur diese Dateien von den jeweiligen Mitarbeitern in einen Ordner kopiert und dann in eine Auswertungsexcel-Datei geht, um dort alle Werte einmal automatisch hineinzuziehen. Und wie das Ganze geht, zeige ich nun. Zunächst einmal fügen wir hier noch statistische Daten ein, die wir gleich für unsere Auswertung brauchen. Und das ist hier ganz einfach. Wir verweisen einfach hier oben auf die entsprechenden Zellen und fixieren das Ganze mit der Taste F4. Und dann ziehen wir das Ganze nach unten bis zum Dezember. Die Summe brauchen wir nicht. Und dann kopieren wir das Ganze auch hier unten nochmal für diese Werte. Wichtig ist, dass hier die Summe sich in der gleichen Spalte befindet wie das Arbeitszeitkonto. Diese Daten, die im Grunde eine Schattenrechnung sind, können wir dann ganz einfach ausblenden, denn sie arbeiten nur im Hintergrund und die brauchen wir hier nicht für das Formular. Und nun können wir damit beginnen, unsere Auswertungsdatei zu erstellen. So, ich habe nun einen Ordner erstellt und hier befindet sich nun eine Excel-Datei, die wir für die Auswertung der Arbeitszeitkonten nutzen werden. Und dann habe ich hier noch einen Unterordner und der heißt jetzt Mitarbeiter. Und da habe ich die einzelnen Dateien der Arbeitszeiterfassung von den Mitarbeitern bekommen. Und diese Dateien möchten wir nun auswerten. Das heißt, egal wie viele ich hineinkopiere, die sollen automatisch in dieser Datei ausgewertet werden. Und das können wir bewerkstelligen mit Power Query. Ich habe nun meine leere Datei für die Auswertung geöffnet. Und wir gehen nun auf Daten, Daten abrufen, aus Datei und dann aus Ordner. Hier wählen wir nun den Ordner aus, in dem wir unsere ganzen Dateien gespeichert haben. So sieht bei mir der Pfad aus. Dann klicken wir auf Öffnen. Wir erhalten nun eine Vorschau aller Dateien, die wir unter den Mitarbeitern hier eingefügt haben. Das sind hier meine Arbeitszeiterfassungsdateien. Wir gehen nun auf Daten transformieren. Es öffnet sich nun das Fenster von Power Query. Und hier müssen wir die Daten einmal transformieren, bevor wir sie dann final in Excel einfügen können. Und hier unter Content klicken wir auf die zwei Pfeile. Dann öffnet sich das Dateien kombinieren Fenster. Und hier wählen wir aus, welche Dateien wir nun haben möchten. Und ich möchte hier die Daten aus dem Arbeitsblatt Arbeitszeitkonto. Wir sehen, dass hier auch diese Spalten eingeblendet werden, die wir dort versteckt haben, also ausgeblendet haben. Wir klicken nun auf OK. Und wir erhalten nun die Daten im Rohformat. Und die müssen wir uns noch so formen, dass wir sie weiter verarbeiten können. Zunächst einmal lösche ich die Spalte Source Name. Und hier hinten haben wir auch noch ein paar leere Spalten. Die können wir ebenfalls entfernen. Dann löschen wir die ersten leeren sieben Zeilen über Start, Zeilen entfernen, erste Zeilen entfernen. Und hier geben wir sieben ein für die ersten sieben Spalten. Dann möchten wir, dass die Namen hier oben eingefügt werden. Und dafür klicken wir hier auf erste Zeile als Überschriften verwenden. Nun müssen wir noch ein paar überflüssige Daten herausfiltern. Und dafür gehen wir hier auf den Namen. Und hier entfernen wir einmal Nullwerte. Und das Feld Name, weil das hier einfach die Überschriften sind. Alles andere bleibt drin. Das sieht schon mal ganz gut aus. Nun klicken wir auf Schließen und Laden in. Und hier wählen wir den Pivot Table Bericht aus. Denn wir möchten aus diesen Daten direkt eine Pivot Tabelle erstellen. Wir bestätigen mit OK. Und nun müssen wir uns eine Tabelle aus diesen Daten einmal formen. Und ich mache das Ganze so. Wir nehmen das Arbeitszeitkonto und packen das in die Werte. Dann packen wir hier den Namen. Die Abteilung. Die Abteilung soll über dem Namen sein. Dann noch die Personalnummer. Den Monat schieben wir nun in den Bereich für die Spalten. Und das Jahr schieben wir in die Zeilen. Und zwar an die oberste Stelle. Nun möchte ich das Zahlenformat hier anpassen. Und dafür klicken wir mit der rechten Maustaste auf eines der Felder. Gehen dann in die Wertfeldeinstellungen. Zahlenformat. Hier wählen wir die Zahl aus mit Tausender Trendzeichen. OK. Und schon haben wir die Zahlen hier entsprechend angepasst. Nun möchte ich, dass die Spaltenbreite nicht automatisch angepasst wird. Und dafür gehen wir in die Pivot Table Analyse. Optionen. Hier deaktivieren wir den Haken bei Spaltenbreiten automatisch anpassen. Und nun können wir die Spaltenbreite händisch vorgeben. Und die bleibt dann auch so bestehen, selbst wenn wir die Daten aktualisieren. Die Teilergebnisse kann man auch deaktivieren, wenn man möchte. Und zwar über Entwurf, Teilergebnisse. Und hier kann man sagen, Teilergebnisse nicht anzeigen. Genauso kann man auch das Gesamtergebnis deaktivieren über Gesamtergebnisse und dann auch für Zeilen und Spalten deaktiviert. Interessant wäre hier jedoch die Option Teilergebnisse unten. Denn so können wir hier auch zum Beispiel die Überstunden einer bestimmten Abteilung erkennen. So kann man halt sehen, welche Abteilungen hier stundenmäßig besonders belastet sind. Ich möchte das Ganze hier aber möglichst übersichtlich halten. Und daher deaktiviere ich die Teilergebnisse. Ich möchte nun einmal testen, ob hier neue Mitarbeiter automatisch eingefügt werden. Und dafür füge ich nun weitere Arbeitszeiterfassungsdateien von anderen Mitarbeitern ein. Und nun gehen wir in unsere Tabelle, gehen dann auf Daten, alle aktualisieren. Und schon wurden die Daten der neuen Mitarbeiter hier automatisch importiert. Falls das bei dir nicht beim ersten Mal geklappt hat, dann solltest du einmal 5 Sekunden abwarten, um dann nochmal auf Aktualisieren zu klicken. Und spätestens dann sollten die neuen Daten hier direkt verfügbar sein. Ein Nachteil von Power Query ist, dass sich der Speicherpfad dieser Datei nicht verändern darf. Wenn sich also hier eine Kleinigkeit ändert, das reicht auch schon, wenn sich der Name der Festplatte geändert hat, oder ein Ordnername, so wie ich das jetzt mache, dann passiert nämlich folgendes. Und zwar halten wir eine Fehlermeldung, weil der Pfad nicht mehr stimmig ist. Das können wir aber ganz leicht beheben. Das müssen wir also jedes Mal machen, wenn sich der Speicherpfad geändert hat. Das geht aber relativ schnell. Und danach funktioniert auch alles wieder. Und zwar gehen wir hierzu auf Daten, Abfragen und Verbindungen. Und hier öffnen wir unsere Mitarbeiterdatei über Rechtsklick bearbeiten. Dann gehen wir auf Daten, Quellen, Einstellungen. Hier finden wir diesen alten Speicherpfad. Und dann gehen wir auf Quelle ändern. Und können nun den neuen Speicherpfad hier auswählen. Bei mir hat sich nur der Ordnername geändert. Das tippe ich hier händisch ein, bestätige mit OK, schließen. Wir gehen dann auf Schließen und Laden. Und schon können wir die Daten wieder ganz normal aktualisieren. Über das Feld hier oben. Man sieht, die Fehlermeldung ist verschwunden. Und die Daten wurden hier soeben aktualisiert. Diese Vorlage kannst du auch erwerben. Einen Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ansonsten war es das soweit von mir. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Daumen nach oben da. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann einen Daumen nach unten. Abonniere den Kanal, um neue Videos nicht zu verpassen. Ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.